Musik Seit 2007 begleitet ASCAP Pensionskarte Klassengenossenschaft an Projekten. Begleitet hat es doch ein vielfältiges Team von Architekten, Totalunternehmern und als Ausweitere Fachplaner. Uns ist es eine Freude, jetzt an dieser Position zu stehen und mit einem Lächeln auf die ganze Phase zurückzuschauen. Wir haben von der Aska Pensionskasse den Auftrag bekommen, um die Wohnungen zu vermieten. Die erste Vermietung dürfen wir hier machen. Wir haben einen sehr interessanten Wohnungsmix von 2,5 bis 5,5 Wohnungen. Hier wiederum spricht dafür, dass wir jetzt schon die erste Hälfte vermietet haben. Wir haben einen sehr guten Mietenmixer und wir haben von der Familie bis zum älteren Pärchen alt getan und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir uns im Frühling den grössten Teil der Wohnungen vermietet haben. So nah am Dorf eine ideale Lage, herrlich zu vermieten. So nah am Dorf auch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018